hallo zusammen es geht weiter mit fort mit spaß beim zu sehen wünsche ich euch wir müssen in phase zwei von drei der epischen herausforderung ort nach zwei diese sechs woche sieben sofort gegenstände benutzen sprich irgendwelche pilze schinis etc also sachen die wir sofort verbrauchen können dann kann ich nämlich kann ich nämlich sofort gegenstände verbrauchen ein bisschen schaden waren die viecher und bisschen fleisch essen sondern wolf übrig wir sollten nicht ohne der wolf packt ihr doch ich wollte sofort gegenstände bauern 1 bei gil fleisch auch gleich kann ich nicht mehr essen streich sagt und dann ist vielleicht auch noch mit bis zum nächsten mal ich komme und ich musste ein immer sofort gestern habe ich vielleicht war waffenteile geholt habe ich vorher nicht daran gedacht zu essen sollte ich gar nicht doch steht jetzt heraus oder doch komm hier erst ich das ein ding immer ist ja ein biegen mit dem jahr der bingel damit nehmen nein ich will den bingel dann danke fürs zusehen und tschüss bis zur nächsten folge macht's gut steht ist im hintern achtung party